Liebe Leute, von dir geht das nur um das Thema Immunität. Viele Leute haben gefragt, wann sind wir denn nun immun oder haben wir das nicht für dich all hart? Und das ist eine gute Frage und da will ich mal versuchen, wo das funktionieren bleibt, das will ich mal verklagen. Also, ich stelle es mal für, das ist der Virus, der hätte so eine Oberfläche und wenn die nun in unseren Körper geht, dann mögen wir diese Antikörpers und die passt nun genau hier oben und wenn die da ansät, dann können andere Zellen und dann mögen die diesen ganzen Virus kaputt, also die mögen den weg sozusagen. So, und wir können nun, wir haben das verstehen und wir können nun wissen, ob wir all diese Antikörper haben oder nicht. Und das mögen wir so, wir haben hier so eine ganze Fläche mit Virus sozusagen, diese Oberfläche und wenn in unseren Blut, wenn da Antikörper innen sind, dann können wir die hier also andocken und das können wir dann nur wissen. So, und das ist normal, wie es zwei wegen nach so einer Infektion kann die all nur wissen. Und nun sind sie just to be, diese Immunitätstests sozusagen, to mücken. Aber so weit sind wir noch nicht, aber wenn wir dat können, denn weg wie all, kein hat diese Infektion all hat und kein nicht. Und apropos kein und kein nicht, kein noch ne Frau hat, die könnt sich denn nur bei mir melden und einfach schreiben, info at hennig-kote.de. Einfach fragen und ich versäge das dann beim nächsten Mal mit dem Klottomocken. Hold your Steve!